An der Universitätsstraße in Zürich kam es am Dienstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei. Die Hintergründe sind unklar. Mitten im Herzen von Zürich kam es am Dienstagabend zu einem Großeinsatz von Polizeikräften, mehrere Kastenwagen und zivile Polizeifahrzeuge waren vor Ort. Die Hintergründe des Polizeieinsatzes sind unbekannt. Neben Kastenwagen waren auch Ambulanzen und zivile Einsatzwagen vor Ort. Auf Anfrage von Now, CH teilt die Stadtpolizei Zürich am Mittwochmorgen mit, dass keine Medienmitteilung erfolgen wird. Der Einsatz sei beendet, weitere Informationen würden aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht herausgegeben. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.